Heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch, oh wie schön, oh wie schön, dass wir uns am Mittwoch, dass wir uns am Mittwoch alle sehen, alle sehen. Du kannst dieses kleine Lied auf Bruder Jakob auch mit den Klangbausteinen D und A begleiten. Ich versuche das jetzt mal hier und ich würde es immer beim Wochentag machen. Heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch, oh wie schön, oh wie schön, dass wir uns am Mittwoch, dass wir uns am Mittwoch alle sehen, alle sehen. Du kannst natürlich auch die Säben des Wortes Mittwoch mit Klanghölzern einfach gestalten. Heute ist Mittwoch und so weiter. Mehr Tipps hier auf meinem Kanal. Annett von Kita Kiste. Danke. 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 Danke.